Umgang mit Eifersucht bei anderen. Ich möchte jetzt nicht sprechen von der Eifersucht des Partners. Das ist ein eigenes und langes Thema. Aber Menschen können auch eifersüchtig sein, weil der Chef einem einzelnen Mitarbeiter mehr Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht, weil der Chef dir mehr Aufmerksamkeit schenkt oder dir die besseren Projekte überträgt. Wie gehst du damit um? Man könnte auch sagen, das ist nicht nur Eifersucht, vielleicht ist das ein Neid. Wie gehst du damit um, wenn andere auf dich eifersüchtig sind? Das Klügste wäre es ignorieren, nicht übermäßig darauf eingehen und dabei freundlich und mitfühlend zu anderen sein, eventuell das, was du bekommst, mit anderen teilen, eventuell die Ratschläge anderer einholen, eventuell auch bei deinem Chef die Verdienste der anderen erwähnen. Indem du teilst mit anderen, wird vielleicht die Eifersucht auf dich geringer. Aber es gilt, Menschen sind immer eifersüchtig und neidisch auf die Erfolgreichen. Und letztlich, wenn du erfolgreich bist, kannst du vielen Menschen helfen, aber einige werden auf dich eifersüchtig und neidisch sein. Letztlich, man sagt so schön, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Mitleid... ...